Und wir sprechen jetzt mit einer Frau, die den Flugzeugabsturz überlebt hat, bei dem Melanie Thornton damals ums Leben gekommen ist. Das ist diese Woche genau 20 Jahre her und war damals, kurz nachdem die Sängerin ihren Weihnachtssong Wonderful Dream veröffentlicht hat. Ja, der wird heute ab dem ersten Advent wahrscheinlich wieder überall rauf und runter laufen. Und vielleicht geht es Ihnen da so wie mir, dass man durch diesen Song wirklich jedes Jahr aufs Neue daran erinnert wird, wie dramatisch Melanie Thornton damals ums Leben gekommen ist. Eine, die ihre letzten Minuten miterlebt hat, ist Debbie St. Martin. Sie ist auch Sängerin und saß mit Melanie Thornton in diesem Flugzeug. Jede Blick in den Spiegel erinnert Deborah St. Martin an das, was ihr zugestoßen ist. Es wird nie mehr so sein wie früher. Diese Woche ist es genau 20 Jahre her. Die Bilder vom Absturz, immer noch präsent. Deborah St. Martin ist einer der Passagiere des Cross-Air-Fluges. Der Flug, der Sängerin Melanie Thornton und 23 weitere Menschen das Leben gekostet hat. Scheweningen in den Niederlanden. Hier wohnt Deborah St. Martin. Hi. Willkommen bei mir zu Hause. Kommt rein. Ein paar Dinge in ihrer Wohnung erinnern noch an ihre einstige Gesangskarriere. Der Borat, genannt Debbie, gehört Anfang der 2000er zu der bekannten Girlband Passion Fruit. Ihr Hit The Rigga Ding Dong Song ist auch heute noch ein echter Ohrwurm-Garant. Ich lebte meinen Traum. Wir hatten so viel Spaß und waren auch alle sofort gute Freundinnen. Es ist die Zeit, in der auch Popstar Melanie Thornton mit ihrer Weihnachtshymne Wonderful Dream groß rauskommt. Debbie kennt Melanie. Melanie war sehr bescheiden, sehr ruhig und nett. Sie hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Sie war älter als wir, deswegen war sie nicht mehr so hektisch. Eben ein echter Profi. Sie hatte ja bereits eine Karriere mit Labouche hinter sich. In den 90ern ist Melanie Thornton die Frontfrau des Duos Labouche. Sweet Dreams und Be My Lover gehören damals zu ihren Hits. Nach der Eurodance-Ära erfindet die Sängerin sich neu. Ihr Song Wonderful Dream ist der Start in ihre lang ersehnte Solo-Karriere. Samstagabend, 24.11.2001 in Leipzig. Das hier ist Melanie Thorntons letzter Auftritt. Mit ihrem Hit »I love how you love me« eröffnet sie ihr Konzert. 40.000 Zuschauer jubeln Melanie zu. Im anschließenden Interview klingt die Sängerin nachdenklich, als habe sie eine Art Vorahnung. Wir wissen nicht, ob es ein Morgen gibt. Deshalb müssen wir jeden Tag nutzen, als wäre es der letzte. Wann immer und wo immer wir sind, müssen wir versuchen, das Leben so gut es geht zu genießen. Melanies größter Wunsch damals, Weihnachten mit ihrer Familie zu feiern. Ich werde Weihnachten mit meiner Familie in Atlanta verbringen. Ich habe meine letzte Show am 23. Dezember in Nürnberg. Und dann werde ich nach Hause fliegen und einen schönen Weihnachtsmorgen mit meiner Familie genießen. Mit meiner Mutter, meiner Schwester und ihrer Familie und Freunden. Das wird Melanie nicht mehr erleben. Nur wenige Stunden nach diesem Interview steigt sie in ein Flugzeug nach Zürich. Sie muss zu ihrem nächsten Konzert. Ihre Band bleibt am Boden. Und das war für uns in dem Moment etwas traurig, weil wir eigentlich immer gern zusammen unterwegs waren. Wir wären normalerweise dabei gewesen. Also das hat uns letztendlich das Leben gerettet. Auch mit an Bord Deborah und ihre Band-Kolleginnen. Es hat geschneit. Der Flughafen war relativ leer, weil es der letzte Flug war. Wir waren müde. Es war ein recht entspannter Tag. Nichts Besonderes. Wir sind also eingestiegen. Meine Band und ich, wir waren relativ laut. Mein Tourmanager hat sich deswegen nach hinten gesetzt. Und ich weiß noch, dass ich zu meinen Mädels gesagt habe, komm, wir ärgern ihn ein bisschen und setzen uns zu ihm. Ich habe mich also neben ihn gesetzt und die anderen beiden saßen vor uns. Alles war normal. Dann ist das Flugzeug abgehoben. Um 21.06 Uhr verschwindet Flug 3597 plötzlich vom Radar. Beim Anflug auf Zürich auf die Piste 28 stürzt sie die Maschine in ein Waldstück. Mein Tourmanager und ich, wir hatten uns gerade einen Drink bestellt. Das ist das letzte, woran ich mich erinnere. Danach bin ich eingeschlafen. Drei Minuten vor der Landung bin ich wach geworden. Habe meinen Sicherheitsgurt angelegt. Anschließend bin ich wieder eingedöst. Als ich dann wieder wach wurde, brannte das Flugzeug schon. Es ging alles sehr schnell. Das passierte drei Minuten vor der Landung. Das Wetter in Zürich ist schlecht. Der Pilot zieht zu früh zu tief nach unten. Das Flugzeug streift erst Baumwipfel, dann stürzt es ab. Ich bin wegen des Kerosins bewusstlos geworden. Erst als wir schon am Boden waren, bin ich wieder wach geworden. Ich saß noch angeschnallt in meinem Sitz, habe den Gurt geöffnet, bin aufgestanden und weg von dem Flugzeug gegangen. Wie in Trance. Es grenzt an ein Wunder, aber Deborah bleibt unversehrt. Andere haben nicht so viel Glück. Der Absturz hat 24 Menschenleben gekostet. Neun Menschen überlebten wie durch ein Wunder den Absturz. Laut Untersuchungsbericht waren die Piloten übermüdet. Menschliches Versagen der Grund für den Absturz. Zu den Todesopfern gehören Melanie Thornton und Debbie Spent-Mitglieder Maria und Nathalie. Ich wusste sofort, dass sie tot sind. Ich habe ihren Namen gerufen. Als sie nicht geantwortet haben, wusste ich, dass sie nicht überlebt haben. Debbie erleidet schwere Verbrennungen an ihren Armen und im Gesicht. Dieser Finger war sehr verbrannt. Und meine Handinnenfläche. Hier war quasi ein Loch. Die Ärzte haben aus meiner Seite Haut genommen und die Hand wiederhergestellt. Acht Wochen ist Deborah im Krankenhaus. Weiter Musik zu machen, kommt für sie nach dem Absturz nicht in Frage. Ich habe sechs Jahre gebraucht, um herauszufinden, wer ich bin und was ich jetzt mit meinem Leben machen will. Heute arbeitet die 48-Jährige als Sozialarbeiterin. Der 24. November war für sie fast 20 Jahre lang mit Schmerz verbunden, bis Loki im Januar in ihr Leben trat. Dieses Jahr ist der 24. November zum allerersten Mal kein schlechter Tag, weil es auch Lokis Geburtstag ist. Er ist ein Jahr alt geworden. Deborah Sint-Martin ist dankbar für ihre zweite Chance, genießt heute jeden Augenblick umso mehr. Der Blick in den Spiegel zeigt zwar ihre Narben, aber erinnert sie auch jeden Tag daran, dass sie eine zweite Chance bekommen hat. Ich sehe meine Narben, meinen Körper und ich bin dankbar dafür, dass ich hier bin. Ich bin stolz. Das Leben geniessen, dankbar sein, diese Einstellung hatte auch Melanie Thornton. Wir sollten so viel geben, wie wir nur können, von all unseren gottgegebenen Talenten. Und das Leben geniessen, so gut es geht. Mit dieser Einstellung ist die Sängerin gestorben, mit gerade einmal 34 Jahren, viel zu früh. Aber ihr Weihnachtssit, Wonderful Dream, schafft es immer noch in die Charts, so auch dieses Jahr. Und bringt Melanie Thornton aufs Neue, zurück in die Erinnerung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017